Zu Gast im TV-Magazin-Gala sprach die 55-Jährige mit Moderatorin Annika Lau, 45, über ihr Herzensprojekt, mit dem sie seit nunmehr 19 Jahren Bauern und auch Bäuerinnen zu ihrem Glück verhilft. Viele Kandidaten sind ihr dabei regelrecht ans Herz gewachsen und als sie über das TV-Format spricht, leuchten ihre Augen förmlich. Wie sie da jemals ans Aufhören denken könne, wollte Lau daher wissen. Und dann ließ Inka die Bombe platzen, im Kalender ihres Handys hat sie nämlich eine täglich wiederkehrende Notiz vermerkt. Inka muss aufhören, ist dort ab dem 1. Januar 2028 zu lesen. Zum Beweis hielt sie ihr Mobiltelefon in die Kamera. Das ist das Jahr, in dem ich 60 werde, erklärte die Promi-Dame. Sie habe sich die Notiz vor etwa fünf Jahren gemacht. Allerdings ist damit gar nicht ihr Karriereende gemeint, wie sie augenblicklich klarstellte. Da steht nicht drin Aufhören, weil ich da am 1. Januar aufhören will oder werde. Schließlich wisse sie gar nicht, was bis dahin noch alles passiert. Vielmehr soll sie diese Nachricht daran erinnern, sich selber zu hinterfragen. Die Schlagersängerin wolle dann genau über sich und ihr Leben nachdenken. Ich möchte mich reflektieren und möchte vielleicht dann auch sagen, mit 60 machst du vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast, blickte die Wahl-Berlinerin in ihre Zukunft. Das könne sowohl ihren Stil als auch ihre Karriereplanung betreffen. Ihre Fans können allerdings aufatmen, denn das Ende ihrer Karriere ist damit freilich nicht gemeint. Aber ich höre bestimmt nicht auf, kündigte Bause in dem Interview an. Ich werde mich immer jung fühlen, ich werde so eine verrückte Alte werden, stellte sie lachend fest. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020